Die Teilnehmer, die jetzt zum Barcamp kommen, die kommen schon von vornherein mit einer enorm großen Offenheit und Bereitschaft, Wissen zu teilen. Das war in den allerersten Barcamps noch ein Gewöhnungsprozess. Und jetzt haben wir eine Diskussions- und Kollaborationskultur hier, die wirklich phänomenal ist, sodass man sofort in die Problemstellungen eintauchen kann. Wir arbeiten ja mit dem Etherpad und in den Sessions sitzen immer zwei, drei Leute, die mitschreiben und dann die wichtigsten Stichpunkte der Diskussion und die Ergebnisse dann im Netz dokumentieren. Sodass man sie auch im Nachhinein nachlesen kann. Ich kann nur für meine Sessions sprechen und da war der Trend natürlich das Thema Werte und VQ Alliance, die Vernetzung von Unternehmen und stärkere Ausrichtung in Richtung Kompetenzen und Werte. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020